Eugen gratuliert Liebe Nadja Abdel-Farag, du hast heute Geburtstag, aber wer weiß das besser als du? Äh, hm, ich hab dich schon immer bewundert. Sei es als Background-Sängerin der Blue Man Group, als DJs, Sängerin, Moderatorin oder Buchautorin. Du warst im Dschungel-Camp, bei Brick Baza, Werbeträgerin für Orion. Sogar beim Probiboxen hast du dich als Nadja Knockout Nightmare durchgeschlagen. Heute bist du Friesentortenboden-Markenbotschafterin der Captain Flint Friesentortenbodenbäckerei. Und das Beste daran, du kannst hier heute deine eigene Geburtstagsfriesentorte selber machen. Also, Happy Birthday, guten Appetit und Feuerschön!